herzlich willkommen zurück zu siedler 4 ja sorry dass diese folge ein bisschen verzögert rauskommt beziehungsweise langen abstand weil ich zurzeit ein bisschen was zu tun habe und dann kam noch zwischenzeitlich anno raus wo ich dann ein bisschen gesuchtet habe und ja da ist siedler 4 ein bisschen liegen geblieben aber ich schaue mal dass wir jetzt ein paar wieder ein paar folgen raushauen werden jetzt muss ich erstmal schauen wo ich stehen geblieben bin weil ich weiß das gar nicht mehr so genau da haben wir eine steinmetz hütte angefangen zu bauen und da eine goldmine ich gehe mal davon aus dass ich gerade soldaten gebaut habe ja da kommt eh schon noch einer auch diese musik wieder ich kann jede folge davon schwärmen was fehlt den holz was für den holz holz müsste ich hier oben haben ja die sind die schon dabei 15 träger das dürfte reichen sie ist fertig der will ja fleisch glaube ich kann man das noch mal nachgucken ich glaube hier irgendwo da die ist es die goldmine diese bilden golden tempel zu errichten und höhere stufige soldaten zu bezahlen bergeleute bilden in spitzacken nee das ist es nicht da muss man hier irgendwo drauf gehen eisenschwefel bäcker bäcker sorgt für zusätzliche ok bäcker bäcker goldminen gold 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 ok die goldminen wollen fisch und fisch müsste ich ja zu genügend haben ja natürlich geil Fleisch ist ein bisschen mager wie ich das so sehe das ist Metzger ne eisenschwefelminen meine eisenschwefelminen ähm achta ok da liegt noch zweimal fleisch ah gut gut ok eisen habe ich genug glaube ich yeah geil glaube ich baue noch ein ja gut ah steinmetze ist auch fertig ah habe ich eine stein habe ich eine goldschmelze sieht nicht so aus ne ich muss eine goldschmelze bauen die baue ich hier wäre natürlich optimal oder hier hier ist gut ganz schnell leute ich habe gar keine goldschmelze verdammt aber es dürfte ruckzuck gehen ja eine kleine armee habe ich schon aber die ist noch nichts weil da muss man aufpassen weil die sind schnell down die sind schnell weg deswegen brauchen wir ein paar gold soldaten die dann kämpfen und die braucht man auch um die gebäude einzunehmen die der feind aufgebaut hat also die türme und so und dann verschwinden die natürlich auch damit kannst du nicht mehr kämpfen ich tue die mal dahinter da ist schon die blaue linie tragen die da schon holz hin ah ein bisschen schneller was ist mit dir du brauchst so lang wo ist eigentlich mein mitzger habe ich überhaupt eine schafzucht ich habe eine schafzucht ich habe eine schafzucht genau sehe ich wenn wir angegriffen werden für was bräuchte ich meine schafzucht ähm oh ok passt die bringen fleisch glaube ich die bringt echt langsam fleisch gut so lang es reicht eisen habe ich echt genug also juckt mich eigentlich relativ wenig das nervt mich ich brauche sofort die gold zwei holz noch 1 ist schon unterwegs und 1 liegt da oder liegt ja schon da ich glaube schon jawohl dann ist die auch fertig und dann kann ich gold herstellen und dann brauche ich unbedingt noch ein paar leute wobei ich relativ wenig viele rumstehen habe ich wissen was sie tun also die könnte ich dann abziehen die auch habe ich zehn geologen neben arbeit und das so wo habe ich ach da vier pioniere nein die haben turm gebaut Gefährlich. Das Werkzeug, das Waffen städtet unendlich her. Ja, ich glaub schon. Ist der fertig? Ja, das ist fertig. Go, 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 go! Wie sagt der jetzt so viel Bogen? Warum stellt der nur noch Bögen her, oder? Da ist ja ein paar Schwerter her. Ich hab angegriffen. Nein, doch nicht. Ne, die wollen da bauen. Ach, die bauen da. Ach, die Majas. Okay. Ja, Digga. Geht's mal raus hier. Ah, nein. Geht's mal... Ah, scheiße. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Krieg! Soldaten! Geht los! Ähm, da. Komm schon. Nicht gut. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Sieht echt nicht gut aus. Scheiße. Wohl. Wohl. Doch, doch. Das sieht gut aus. Ach, hier hab ich auch noch welche. Und gute hab ich jetzt auch noch. Aber ich hab schon wieder welche verloren, ne. Es ist... Naja. Nicht so toll. Reingeht du da weg? Jungs! Hälfte ihm! Ja, du was? Wieso geht der jetzt weg? Hälfte ihm! Ja, gut. So. Da, da, da. Komm, auch fünf. Geht los! Da, 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 da. Der Bauarbeiter von dem kann ich ja nicht zerstören, ne. Leider. Ich find ihn ein bisschen schwach, weil ich würd gern den Bau hier aufhalten, weil der dann das auch noch kriegt, aber... Tun wir ein paar Starke dazu, die alles kontrollieren. Oh, oh, oh. Kann schon. Lol sind es viele. Lol sind das viele. Okay. Der hat echt viele Soldaten. Das heißt jetzt Krieg, weil der hat mir hier Land weggenommen. Nee, dieser Punkt gehört noch mir. Neuer Sammelplatz. Ich kann keinen neuen Sammelplatz errichten. Oh, ich habe das eingenommen. Schön. Gehen wir mal zurück. Ich mag nicht dauerhaft jetzt angreifen, weil ich mag erst eigentlich mehr Soldaten herrschen, vor allem mehr Starke. Ich glaube, ich brauche ein Wohnhaus, ehrlich. Weil ich brauche viel, viel mehr Soldaten. Ich habe keine mehr. Nur acht Leute nur noch. Das heißt, ich brauche echt ein Wohnhaus. Am besten ein großes. Gott sei Dank passt das hierher. Bitte Leute. Das schafft ihr schon. Bitte, weil das ist gerade echt knapp. Das ist echt an der Grenze hier. Weil wir hier schon... Weil da ist er schon wieder mit seinem Armee. Nein. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ach du... Ach du liebe... Ach du Scheiße. Ja gut. Obwohl ich mich echt beeilt habe, glaube ich, ist diese Runde echt gelaufen. Ja. Was für krass. Warum... Warum werden da keine... Warum kommen da keine Leute? Ich verstehe das nicht. Jetzt kräft er an. Komm schon. Mann, warum kommen da keine? Oh nein. Wenn die das kriegen, habe ich voll verschissen. Leute, wieso der so viel hatte und warum ich jetzt keine Leute... Uff, zack, weg. Ich bin am Arsch. Gut. Einen Moment. Habe ich gerade gespeichert? Nein, ich habe gespeichert. Ich wollte gerade laden. Wie lade ich? Hä? 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 Wie lade ich? Äh... Äh, lol. Oh nein. Jetzt habe ich da gespeichert. Ich depp. Nein, ich habe gespeichert. Ja gut, dann muss man den Autosave laden. Vielleicht ist... Das gibt es nicht. Ich muss viel schneller sein. Viel, viel schneller. Ich brauche mehr Holz. Es hilft euch nichts. Dieses Holz, das hat mich so zurückgerissen. Scheiße. Weil der so da war, äh, ja. Mann, der war... Der hatte so eine Riesenarmee. Leck mich fett. Ich hätte viel mehr von dem kleinen Scheiß machen sollen. Hm, was brauche ich denn da eigentlich? Ein kleiner Turm. Das ist mir gut. Jetzt war immer dieses Holz, was gefehlt hat. Oh, Mann. Das ist echt blöd. Goldmine. Goldschmelze. Ich kann schon mal alles ausbruddeln. Dauert das nicht mehr. Ich dachte echt am Anfang, dass ich echt viele Soldaten schon habe, aber das, was er hat, das war ja... Da kann ich ja glatt einstecken. Also muss ich irgendwie, muss ich jetzt schaffen, damit ich um einige Schnelle bin und ich brauche viel, viel mehr Leute. Ja, den kann ich eigentlich, ich brauche keinen Geologen mehr. Leute, Was ist denn jetzt mit Holz? Vor allem, wenn ich hier baue, dann muss hier viel schneller Holz her. Das ist... Oh Gott. Vielleicht gibt er mir noch ein bisschen Zeit, wenn ich nicht direkt... Weil ich war ja wirklich nah an ihm dran. Boah, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es klappt, ehrlich. Boah, ich weiß es nicht. Nein, das auch nicht. Ach komm, leck mich doch. Leck mich fett. Hm. Hm. Die habe ich auch noch nicht gebaut. Ja, ich glaube, da fehlen mir echt viele Spielstunden. Nein. Was ist denn jetzt? Wo bringt ihr? Wo sind meine zwei Steine? Jetzt bringen die Steine erstmal da hin, oder? Kacke. Wo bringt der das Holz hin? Ach so, da hin. Ähm. Da ist zwar ein Ausrufezeichen, aber... Scheiß drauf. Jungs, das ist ein Stein. Ein Niederstein. Oh, so. Da ist sauber. Kein Ausrufezeichen, oder? Da auch nicht. Genau. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Da ist ja auch ein Schwerter. alles herstellen rüstungen oder der gold dazu Leute, was ist denn jetzt? Bring den scheiß Stein dahinter Was ist denn jetzt? Wo ist denn der? Da war doch ein Stein Nein, das ist nicht dein Ernst Was, wieso? Achso, weil ich das auch als Ausrufezeichen habe Mist Oh gut, das wird fertig, das ist schon mal gut Dann das da Dann habe ich schon mal den Platz, das ist schon mal sehr gut So, das haben wir schon mal, das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut Dann das da weitermachen, komm schon Kann man da noch eine Sägemühle bauen Das wird sich drauf auslaufen Eigentlich jetzt das aus... ne, das aus... achso, ne, da haben sie jetzt alles, oder? Ja, genau, jetzt das Ausrufezeichen Gott, Alter Eine Kaserne Die hätte ich eigentlich so weit hinten wie möglich bauen müssen, ne? Die Fläche ist das allererstes, wenn der mich angreift Ich habe keine andere Wahl Scheiße Schaut's da aus Zwei Steine, aber das ist ja gleich da, oder? Die Steine Genau, perfekt Gottes Willen Es tut mir so leid, Alter Dass diese Folge, dass wir eigentlich einen Rückschritt gemacht haben Direkt Rückschritt nicht, aber Dass ich nochmal neu an... Mir hat das Holz da oft gefehlt Da habe ich immer drauf warten müssen Und ich versuche das jetzt zu vermeiden, damit die schneller bauen Und gleich Weil dann bauen die vielleicht auch gleich die Hütte besser und so Also schneller Genau, Holz können sie schonmal da hinterbringen Da bringen sie schonmal nochmal einen Stein Aber das wäre jetzt eigentlich besser Das Holz da hochbringen Weil wenn er einmal angreift, hört er auch nicht mehr auf Ich kann nicht so eine Welle überleben oder so Ne, weil er dann volle Rotze schickt Und der hat schon eine Armee, das hat man gesehen Gehst du sie hin? Komm schon Noch ein Stein Da bring's gleich dahinter Nein Eigentlich ist das wichtig fast Danach Oder das, damit ich ein paar Soldaten habe Aber das bringt mir alles nichts Ich bring die Soldaten nichts Wenn ich nicht dauerhaft Soldaten herstellen kann Das heißt eigentlich muss ich noch eine Forsthütte gleich hin klatschen Aber Hm Da ist schonmal Stein da Also letztes ist da Zack Dann bauen wir Was mach ich denn? Das da zuerst Hier, Ausrufezeichen Das baut sich so nebenbei Das ist Du Du Hacken Hier Mit dem anderen zusammen Warum ist das nicht besetzt? Hab ich keine Arbeiter mehr Doch 37 die nicht wissen was sie tun Da kommt da Jungs Darf ich ein Ausrufezeichen? Rüstung haben wir auch schon Komm Komm Scheiße O Komm Voller Rotze Bam Und dann nochmal Bam Und ich glaube ich muss die Folge beenden Ich bedanke mich fürs Zuschauen in der Hinsicht Ich hoffe dass es in der nächsten Folge wirklich klappt Und die nicht wieder mit so einer fetten Armee angreifen Dass ich vielleicht ein bisschen schneller bin Wie er Und dann gleich volle Rotze Soldaten herstellen kann Ähm Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dahin Ciao Und ähm Ja Wir sehen uns Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin